Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten bei Haka Hosting, die uns freundlicherweise einen Server für die ganze Community zur Verfügung stellen. An der Stelle nochmal Werbung für unsere Webseite und unser Forum. Da geht es richtig ab. Wir sind weit über 100 Leute mittlerweile und ja, es ist einfach unglaublich cool. Deswegen schaut mal vorbei. Link wie immer in der Beschreibung bzw. ja, ihr müsstet ihn eigentlich sogar schon kennen. Okay, also was wir heute machen wollen, ist wir wollen HTTPS einrichten für eure Webseite. HTTPS ist was, was bedeutet, wenn jemand Webseiten, wenn jemand auf eurer Webseite irgendwelche Daten eingibt oder sowas, also zum Beispiel Passwörter oder so, dann müssen wir irgendwie eure Webseite erreichen. Und wie die die Webseite erreichen, das wird geregelt über das Protokoll. Und HTTP ist das Standardprotokoll, während HTTPS die sichere Variante davon ist. Das heißt, wenn ihr kein HTTPS habt auf eurer Webseite, dann kann jemand, der, sagen wir mal, ein Freund von mir möchte, auf meine Webseite zugreifen, gibt dort seine Kreditkartendaten ein und ich habe kein HTTP. Dann ist es an sich nicht schlimm, aber es ist schlimm genau dann, wenn er zum Beispiel einen Hacker in seinem eigenen WLAN hat oder wenn irgendjemand auf seine Leitung Zugriff hat, dann kann der nämlich unverschlüsselt diese Daten einfach angucken. Und das möchte man normalerweise eigentlich unterbinden, denn ja, Passwörter werden, wie gesagt, irgendwie an eure Webseite übertragen und man kann diese Passwörter brechen, wenn sie an eure Webseite übertragen werden. Und deswegen möchte man die gerne verschlüsseln und das macht man eben mit HTTPS. So, das war jetzt die kurze Variante, lange Variante für HTTPS bzw. Verschlüsselung findet ihr erstens mal in den Kryptografie-Playlists. In der Kryptografie-Playlist ist nur eine. Da wird dann ausführlich über Krypto auch noch geredet, also wie verschlüsselt wird. Asymmetrische Verschlüsselung ist hier das Stichwort. Und wir werden auch noch HTTPS, also generell diese ganzen Netzwerktechnik-Protokolle bald behandeln. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Kommentar oder sonst irgendwas. Da ihr wisst, ich lese die alle. Genau, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden ZERT-Bot benutzen. Warum schreibe ich dann in der Beschreibung Let's Encrypt? Let's Encrypt sieht so aus. Let's Encrypt hat eine Software geschrieben, nennt sich ZERT-Bot und die macht das eigentlich alles für euch. Ziemlich, ziemlich geile Sache. Ja, und ist mega easy. Also das heißt, das Einzige, was wir brauchen... Achso, halt, ich bin schon als Root-User hier angemeldet gerade mal mit sudo su. Warum habe ich das gemacht? Weil wir was installieren wollen, dazu brauchen wir eh immer Root-Rechte und so geht es schneller. Also, wir brauchen erstmal ein neues... Also wir müssen in unsere... Achso, wir benutzen übrigens Ubuntu, ist aber auch für alle anderen Varianten von Linux möglich. Ich glaube, sogar für Windows Host ist alles möglich, also kein Problem. Wir brauchen jetzt erstmal ein neues Repository, das heißt, wo dieses Ding gespeichert ist. Und das müssen wir erstmal hinzufügen, weil es nicht in den offiziellen Paketquellen für Linux dabei ist. Aber das macht absolut nichts. Ähm, add apt-repository ppa-zertbot slash zertbot. So, mega easy. Ähm, richtig. Wenn ich es installiert hätte. Das heißt, wir müssen hier auch noch das installieren, damit wir überhaupt was zu unseren, ähm, zu unseren Repositories hinzufügen können. Warum müssen wir das extra installieren? Weil wir eine minimale Version von Linux haben. Einfach dieses Kommando hier kopieren, add get install, ähm, Software-Properties-Common. Ähm, ja, wollen wir installieren. Und warum brauchen wir das? Wie gesagt, damit wir hier dieses Repository hinzufügen können. Ähm, ansonsten sind Fremd-Repositories, glaube ich, gar nicht möglich. So, kurz warten, bis es fertig ist. Ähm, derweil, es ist immer sehr, sehr gut, wenn ihr ein add, app get update und ein app get upgrade ausführt, wenn ihr gerade an euren, ähm, an euren Rechner geht, beziehungsweise an euren Server. Das solltet ihr sowieso immer machen. Und, äh, dann läuft das auch ohne Probleme. Okay, ist hinzugefügt. Jetzt. So, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier Schlüssel ausgetauscht und so weiter und so fort. Und, ja, jetzt können wir, ähm, das ganze Ding benutzen. Aber, wie gesagt, wir brauchen erstmal dafür, damit wir es benutzen können, ein app get update. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir auch noch gleich ein upgrade. Aber dazu pausiere ich euch dann einfach mal weg. Oder ich mach's nachher. Ähm, genau. So, jetzt sind wir in der Lage, diese wunderbare Software zu installieren. App get install, install, nicht mit Öl, mit L, Zertbot. So, ziemlich coole Sache. Ähm, wie gesagt, der macht eigentlich echt alles für euch. Also, da habt ihr dann auch später ein Programm, äh, einen, einen kurzen Befehl, um euer kompletten Key zu erneuern. Die laufen nämlich immer relativ schnell ab. So ungefähr eineinhalb Monate, also 90 Tage, ne, drei Monate sind das, ups, ähm, sind sie, glaube ich, Moment, das waren aber keine drei Monate. Auf jeden Fall sind sie nicht sehr lange gültig, also ihr solltet ungefähr einmal im Monat so dran denken, eure Keys zu erneuern. Warum solltet ihr das machen? Naja, ansonsten, wenn ihr einmal den Key verliert oder der Key, äh, irgendwie geklaut wird oder sowas, dann ist der aber nicht so ewig gültig, sondern nur ein Monat zum Beispiel. Das heißt, man hat nicht so eine lange Verwundbarkeitszeit. Also, es ist nicht ganz so schlimm. Wahrscheinlich ist es deswegen gedacht. So, ähm, was wir jetzt brauchen, ist folgendes. Wir wollen uns einen Schlüssel generieren lassen. Wie machen wir das? Ähm, wir lassen einfach hier eine Schlüsselgenerierung laufen. Das heißt, ZertBot, Zert, ups, ZertOnly. Halt, stopp, da fehlt noch was. Ähm, ZertBot-Auto. Also, damit es automatisch quasi läuft, so heißt einfach die Anwendung. Keine Ahnung, warum. Ähm, ZertOnly-Awebroot. Und jetzt könnt ihr den Speicherplatz von eurem Zertifikat angeben, also WebRoot-Path. So, und jetzt könnt ihr angeben, wo euer WebRoot-Path ist, zum Beispiel in User, Share, EngineX und HTML. HTML, das ist so der Standard-Pfad, wenn ihr den nicht geändert habt, ist es normalerweise da. Den letzten Slash brauchen wir nicht. So, und jetzt brauchen wir es für die Domain. Jetzt müssen wir hier den Domain-Namen wieder kennen, also hier den Domain-Namen hinten dran eingeben, minus D. Und dann den Domain-Namen, also in unserem Fall zum Beispiel the-morphois.de, werde ich jetzt nicht benutzen, ähm, weil wir dafür schon ein Zertifikat haben und das, wie gesagt, ein völlig anderer Server ist, der nicht mal auf diese Domain läuft. Ähm, sagen wir einfach mal, ja, domain.com. Warum nicht? Okay, und wenn ihr noch eins wollt, dann einfach mit minus D nochmal eins angeben, zum Beispiel www.domain.com oder für euren E-Mail-Server minus D-mail.domain.com, ups, domain.com, okay, domain.com. Ähm, so habt ihr gleichzeitig auch noch was für euren Web, äh, für euren E-Mail-Server. Okay, also das einfach alles laufen lassen und ja, dann werden gleichzeitig, ah, doch ohne Auto, okay, ähm, irgendwo war Auto dabei, hatte ich wohl falsch im Kopf. Also, doch mal ohne Auto probieren und ja, jetzt läuft das Ganze, dauert ein bisschen, vor allem, weil er halt sehr, sehr viele Schlüssel generieren muss, ähm, und hier muss man eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ähm, aber wir werden das jetzt, wie gesagt, alles, nee, wir werden es nicht abbrechen, wir machen das jetzt. Ähm, die wird gebraucht für Urgent Renewal and Security Notices. Dann nehme ich jetzt einfach mal meine kontakt-at-mail.com, ups, the-morphois, alter, ich kann heute nicht tippen, .de. Ähm, aber die bitte nur für Geschäftsanfragen oder sowas benutzen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas habt, nutzt das Forum, nutzt dort die PN-Möglichkeit auf YouTube, auf Facebook könnt ihr mich erreichen, auf Twitter könnt ihr mich erreichen. Ich glaube, das war's erstmal. Okay, ja, ähm, kurz warten, wie gesagt, dauert eine Weile. So, und ich hab das jetzt mal abgebrochen, ähm, warum hab ich's abgebrochen? Klar, weil mir die Domain.com überhaupt nicht gehört, ist mir gerade auch aufgefallen, dass wir die benutzt haben, ähm, aber selbst mit meiner wird's nicht funktionieren, weil ich ja dafür schon ein Zertifikat habe. Ähm, genau, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst das ganze Ding trotzdem noch eintragen. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, ihr habt so ein Ding eingetragen, was dann, äh, was, ihr habt so ein Zertifikat bekommen. Was ihr dann noch machen müsst, ihr müsst das ganze Ding eintragen. Wie gesagt, ihr müsstet eure E-Mail-Adresse angeben für solche Dinge. Und ja, jetzt müsst ihr hier in Nginx, also wir werden jetzt wieder mit Nginx arbeiten, falls ihr Patch oder sowas benutzt, dann, ähm, müsstet ihr vielleicht mir schreiben oder warten auf ein passendes Tutorial oder sowas. Was ihr auf jeden Fall für Dateien bekommen habt, ist eine Zert.pem-Datei, da ist euer Zertifikat drin, ähm, eine Chain.pem, eine Fullchain.pem, genau an dem Ordner, den ihr angegeben habt. Und ganz wichtig, euer Briefkey.pem. Das ist euer Privatekey, den niemals, absolut niemals, irgendwem auch nur entfernt in die Hände drücken. Ähm, am besten nicht mal selber haben, das ist sowieso, also wie gesagt, Privatekey ist auch wirklich private gedacht. So, und die sind jetzt gespeichert in folgendem, ähm, ja, folgender Stelle, und zwar normalerweise in, wir gehen einfach mal hin, in ETC, wobei wir nicht hingehen können, let's encrypt slash live slash und dann euer Domain-Namen, also zum Beispiel the-morpheus.de. Okay, ähm, das wäre der Pfad, an dem eure, ja, bei mir nicht vorhanden natürlich, an dem eure Keys gespeichert werden, also die vier, die ich euch gerade gesagt habe. Was ihr jetzt machen solltet, ist folgendes. Und zwar, ihr solltet euch nochmal eine, ähm, ein paar Parameter generieren. Das macht ihr, indem ihr OpenSSL benutzt, also ein paar Security-Parameter sozusagen, damit ihr kryptografisch nochmal, das ist jetzt schwer, ohne ins Detail zu gehen, zu sagen, aber wenn ihr die generiert, dann habt ihr nochmal bessere Verschlüsselungsmöglichkeiten. Sagen wir es mal so. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, Achtung, für die Leute, die mich immer mit gefährlichem Halbwissen betiteln, ähm, es gibt eine Kryptografie-Playlist und die handelt nur darüber. Die hat 100 Videos, das kann ich nicht in einem Video bringen. Okay, also, dhparam, ähm, minus out, so, und die machen wir in ETC, SSL, zert, und dann dhparam.pem2048. Was ihr hier macht, ist eine starke Diffie-Helmen-Gruppe zu generieren, ähm, und zwar, ja, mit 2048-Bit-Parameter. Okay, könnt ihr mal machen, ähm, es sagt sogar hier, this is going to take a long time, aber er lügt eigentlich, so lange geht es gar nicht, also es ist schon deutlich länger andere Sachen gegangen. Gut, nachdem das jetzt generiert ist, ich hab das jetzt einfach mal weggemacht, das ist einfach nur ein Mix aus Punkten und Plusen und so weiter, ähm, das ist nicht wirklich interessant, aber was wichtig ist, die Datei wurde jetzt generiert und was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt in eurem Engine X endlich mal alles eintragen. Das ist jetzt einiges zum Eintragen, ich werde euch das, Achtung, hilft mir dran denken, wenn ich es nicht mache, dann habe ich es vergessen, ähm, in der Beschreibung müssen die Sachen drinstehen. So, ähm, jetzt, was wir machen wollen, ist, wir wollen wieder mal unsere Standardseite editieren, also die, ähm, ja, wir machen einfach mal Vim in ETC von Engine X und dann Sites Available und hier die Default, das wollen wir editieren. So, wir wollen jetzt hier eben nicht mehr auf HTTP, sondern wir wollen, ganz, ganz wichtig, auf HTTPS hören. HTTPS benutzt einen anderen Port, nämlich 80 ist für HTTP reserviert, ähm, 443 ist für SSL bzw. HTTPS reserviert. Ähm, wichtig ist auch, dass ihr in der Firewall diesen Port erlaubt, aber das halt, solltet ihr eigentlich eh schon haben, wie gesagt, ähm, wenn ihr es bei mir gemacht habt zumindest. Also, wir machen das hier raus, ähm, das kommentieren wir auch aus. So, und jetzt, das hier könnt ihr einfach drin lassen, ganz normal, aber, wir wollen obendrauf noch was einfügen und zwar hier. Okay, also jetzt ist wichtig, wie gesagt, dass ihr diesen Port Listen 443, dass ihr diesen Port hier in UFW, also eurer Firewall des Vertrauens, was auch immer ihr da benutzt, dass ihr den erlaubt habt. Ähm, wenn ihr den nicht erlaubt habt, dann schaut euch meine anderen Videos ein, einfach UFW allow und dann den Port eingeben. Ähm, genau, haben wir aber, wie gesagt, eigentlich alles schon gemacht. So, jetzt, wichtig, SSL-Certificate. So, hier kommt euer Zertifikat rein. Das schreibe ich auch nicht, alles nicht in die Beschreibung rein. Das ist, ähm, sowieso bei jedem anders. Nicht, dass es da wieder Copy-Paste-Fehler gibt, das wollen wir nämlich nicht. E, äh, ETC, Let's Encrypt Live, ähm, also quasi da, wo eure ganzen Dinger gespeichert sind. Eure, euer Domain-Name, euer Domain-Name.de, slash, Achtung, hier bei SSL-Certificate müsst ihr den Fullchain.pem eintragen. Während bei SSL-Certificate-Bodenstrich-Key, Achtung, hier muss ein Bodenstrich-Key hinten dran stehen. Ähm, liegt zwar an derselben Stelle, Aber live euer Domainname.de So jetzt müsst ihr hier den Private Key eingeben, also Briefkey.pem Okay, also wichtig Bei SSL Certificate die Fullchain angeben Bei SSL Certificate Key den Briefkey angeben So, jetzt den Kram könnt ihr eigentlich alles kopieren von mir Das ist auch nicht mehr wirklich spannend Wie gesagt, was ihr hier macht ist folgendes Ihr tragt erstmal ein, welche Protokolle erlaubt sind Das wären bei uns TLS Ich kopiere das auch gerade mal hier rein Die erste Zeile TLS Version 1, 1.1 und 1.2 Das ist sozusagen die Version von HTTPS Die ihr bei euch erlaubt Dann Gebt ihr hier an, dass ihr gerne immer verschlüsseln würdet Und dann sagt ihr, womit ihr denn verschlüsseln wollt Das macht ihr eben mit eurer Strong Diffie Helmet Group Ups, einrücken Ähm, genau Deswegen haben wir die gerade generiert Also wie gesagt, hier diese DH Param Das war das, was sie gerade eben generiert haben Diese 2048 Bit Ähm, genau Und den Kram könnt ihr jetzt wirklich komplett von mir kopieren Das sind einfach die Verschlüsselungsverfahren Die erlaubt sind Das ist tatsächlich sehr, sehr viel Wir haben hier AES 128 Wir finden hier vielleicht noch RSA irgendwo Shade 256 in Kombination mit AES Und so weiter und so fort Das sind einfach irgendwelche, ähm, Varianten Die erlaubt sind Und Varianten, die eben auch nicht erlaubt sind Also zum Beispiel DES wollt ihr nicht haben Und so weiter und so fort Ähm, genau Das ist im Prinzip nicht wirklich relevant für euch Hier müsst ihr einfach nur Copy-Pasten Wenn ihr das ordentlich macht Kann da eigentlich auch nichts schief gehen So, was wir jetzt noch machen Session Timeout Setzen wir auf einen Tag Das heißt, wie lange, äh, kann ein User quasi die ganze Zeit Die Website refreshen Bevor irgendwie wieder neue Schlüssel ausgetauscht werden müssen Ist ein Tag Das ist aber auch nicht so schlimm Ähm, der Cache Ja, können wir eigentlich auch So, könnt ihr so von mir übernehmen Ähm, das hier wie gesagt Also der SSL Session Cache Shared Ähm, genau Und da noch ein paar andere Eigenschaften Die ich jetzt einfach mal hier rein kopiere Die müssen euch auch nicht unbedingt was sagen Okay So Was wir jetzt noch weiter machen wollen Ist, wir wollen HTTP komplett abschalten Das heißt, wir wollen, ähm Dass man sich nur noch über HTTPS verbinden kann Das unterstützt heutzutage wirklich jeder Browser Aber wenn jemand eure Webseite über HTTP anwählt Dann könnte es immer noch sein, dass er einfach zu blöd war Und, äh, vielleicht seine Daten trotzdem geklaut werden Das wollen wir natürlich verhindern Was wir deswegen machen Ist ein sogenannter Redirect Ich scroll hier mal ganz runter Achtung, ihr müsst außerhalb der letzten Klammer sein Das heißt, äh Hier Und hier Gehen wir jetzt einfach her Und eröffnen sozusagen Einen neuen, in Anführungsstrichen, Server Der auf Port 80 hört Also quasi das, was wir gerade eben Weggeschmissen haben Das, was wir hier oben auskommentiert haben Ich scroll nochmal kurz hoch Hier, das haben wir auskommentiert Das heißt, Port 80 Also HTTP Seid ihr jetzt aktuell eigentlich nicht mehr erreichbar offiziell Aber wir wollen, dass das Port 80 trotzdem noch weiterhin funktioniert Aber redirected auf Port 443 Also auf HTTPS Also wir hören auf Port 80 Ähm Und wir sagen, der Server Name Ähm Ist localhost Ups, localhost So Und was wir jetzt noch machen ist Wir returnen 301 Also ein, ups 301 Also ein Redirect Auf HTTPS Doppelpunkt Slash Slash Und dann, Achtung $host $request Bodenstrich URI Semikolon Also Semikolon nicht vergessen Ähm Okay, was ihr jetzt hier gemacht habt Ist, wie gesagt Wenn jemand eure Webseite auf HTTP anwählt Dann wird der automatisch auf HTTPS umgeleitet Das ist ziemlich cool Und echt nötig Und ja Das war es auch schon wieder für dieses Video Ähm Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir haben uns beim nächsten Mal Lasst ein Like da Oder sharet das Ganze Das wäre nämlich noch cooler Cooler Ähm Und schaut im Forum vorbei Ganz wichtig Ja, wir hören uns Bis dann Ciao Haha Da habt ihr gedacht, ich bin schon fertig Nein, bin ich nicht Ähm Und zwar Ja, wir brauchen natürlich noch was Wir müssen erstmal noch Nginx neu starten Für die Leute, die das nicht wissen Oder noch nicht geguckt haben Oder sowas Ähm Ja, wir gucken erstmal Ob wir das Ganze überhaupt machen können Das machen wir mit Minus T Da wird gecheckt, ob eure Syntax in Ordnung ist Wenn da was falsch bei rauskommt Dann könnt ihr es auch nicht neu starten Dann müsst ihr nur mal kurz durchgucken Ob alles stimmt Bei uns ist alles in Ordnung Was wir jetzt machen ist Service Engine X Ähm Restart Und schon wird euer Service neu gestartet Und tatsächlich sind dann eure Ähm Zertifikate in Ordnung Und wenn ihr das Ganze mal probieren wollt Dann schaut auf SSL Labs Punkt Ups Labs Punkt Komm Nach Ob Wie eure Seite abschneidet Da kann man An Test laufen lassen Wie gut die Seite verschlüsselt ist Und eigentlich solltet ihr Ein A plus bekommen Für das Was wir gerade eingerichtet haben Okay Das war's von meiner Seite Wir hören uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao Ciao